Die Frage in Bezug auf den Vorschlag aus Polen, uns war es als NATO-Partner, aufgrund der exponierten Lage von Polen, und wir haben ja auch erleben müssen, die tragischen Toten, die dort zu beklagen waren, dass es uns wichtig war, Polen Unterstützung anzubieten, in dieser besonderen Situation mit Air Policing, aber auch mit Patriots. Und gerade bei der Luftverteidigung ist es eben wichtig, zusammenzustehen. Das sind Patriots-Systeme, die in die integrierte Luftverteidigung der NATO eingeplant sind, und deswegen ist es auch möglich gewesen, diesen Vorschlag gegenüber Polen zu machen. Und davon abweichende Vorschläge, die müssen jetzt mit der NATO und mit unseren Alliierten diskutiert werden.